Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, mit dem vorliegenden Antrag setzt die Fraktion Die Linke das Thema Soforthilfe und Programm für das studentische Wohnen auf den Weg bringen auf die Tagesordnung des Landtages. Zu Beginn der 90er Jahre war die Unterbringungsrate von Studenten in Mecklenburg-Vorpommern noch deutlich höher als heute. Im Rahmen der Modernisierung wurden die Zahl der Zimmer nicht verringert, aber aus zwei- bzw. Dreibettzimmer wurden immer mehr Einbettzimmer. Dadurch verringerte sich die Zahl der Studentenwohnheimplätze in Mecklenburg-Vorpommern wie auf dem gesamten Gebiet der ehemaligen DDR. Die Umwandlung war unter anderem eine Folge, dass der Wohnungsmarkt in den 90er Jahren sich deutlich entspannt hatte und selbst im innerstädtischen Bereich es günstige Alternativen gab. Dieser Trend hat sich mittlerweile umgekehrt, was zu deutlich steigenden Mieten insbesondere in Rostock, Greifswald und teilweise auch in Wismar geführt hat. Die Landesregierung schätzt die studentische Wohnraumversorgung in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt als zufriedenstellend ein. Insbesondere am Studierendenwerk in Greifswald zeichnet sich vor dem Hintergrund der Internationalisierung ein Bedarf für studentisches Wohnen ab. Diesen Bedarf wird das Studierendenwerk Greifswald in den nächsten Jahren durch Sanierung oder Neuerwerb decken. Aus den rückläufigen Zahlen der Präsenzstudierenden ergibt sich bei landesweiter Betrachtung ein leichter Zuwachs bei der Wohnraumversorgung für die Studierenden seit 2012. Über 7 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren in den Studierendenwerken aus dem Etat des Ministers für Wirtschaft, Bau und Tourismus für studentische Wohnen zur Verfügung gestellt. Herr Klaber hat es gerade ausgeführt. Die entsprechenden Gelder stellt die Landesregierung aus Mitteln der Wohnraumförderung sowie der Städtebauförderung bereit. Wie die Landesregierung mitteilt, finden derzeit intensive Gespräche zwischen den Studierendenwerken und den zuständigen Ministerien unter Einbeziehung der Hochschulstädte sowie des Landesförderinstitutes statt. Für welche konkrete Maßnahmen und an welchen Objekten diese finanziellen Mittel eingesetzt und in welchen Zeitraum sie jeweils fließen können. Um die Bewohnbarkeit des Studentenwohnheimes in der Makarenko-Straße wiederherzustellen und zu sichern, besteht ein Sanierungsbedarf in Höhe von jetzt aktuell 6,8 Millionen Euro. Ein Sanierungskonzept des Studentenwerkes Greifswald liegt vor. Ein konkretes Finanzierungskonzept fehlt. Wie aus der Beantwortung der Kleinen Anfrage vom 14. Januar 2016, 6-50-30, hervorgeht, haben bereits erste Gespräche zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus und dem Studentenwerk Greifswald stattgefunden. Noch nicht abschließend geklärt ist der Einsatz von Mitteln der Städtebauförderung. Meine Damen und Herren, auch mit dem 2015 beschlossenen Studierendenwerkgesetz wurde durch das Land moderne Strukturen für die Studierendenwerke geschaffen. Ein wichtiger Punkt darin ist die künftige Haltung des Landes für die Schuldengewehrträgerhaftung der Studierendenwerke. Damit ermöglichen wir den Studierendenwerke, günstigere Darlehen für den Neubau und die Renovierung von Studentenwohnheimen an allen Hochschulstandorten des Landes aufzunehmen. Von der Bereitstellung zusätzlichen preisgünstigen Wohnraums werden auch die Studierenden in den Wohnheimen profitieren. Die Landesregierung wird in den nächsten Jahren dafür Sorge tragen, den Bestand an studiengerechten und bezahlbaren Wohnraum für Studierende in Mecklenburg-Vorpommern langfristig zu sichern. Da ohne öffentliche Förderung die sozialen Mieten in Höhe der BAföG-Wohnkostenpauschale von ca. 250 Euro nicht zu halten bzw. zu erreichen sind. Zwischen dem Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus und dem Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur besteht ein Vernehmen dahingehend, die Studierendenwerke in den nächsten Jahren bei ihrem Bauvorhaben in Höhe von ca. 7 bis 8 Millionen Euro zu unterstützen. Die Landesregierung wird weiter an dieser Zielsetzung festhalten. So konnte schon das Vorhaben im Studierendenwerk Greifswald Sanierung der Bachstraße mit Hilfe von Städtebaufördermitteln durch das Wirtschaftsministerium in Höhe von 500.000 Euro gefördert werden. Auch darauf hat der Minister schon hingewiesen. Im Zuge der Prüfung weiterer bestehender Fördermöglichkeiten, Bundesprogramm, Fördermittel im Rahmen des Modernisierungsprogramms, kann festgestellt werden, dass diese Programme sich gegenwärtig schwer eignen, den studentischen Wohnungsbau zu fördern. Auch die Finanzierung über Städtebauförderung gestaltet sich in der Praxis schwierig, da diese einen entsprechenden Beschluss der Stadt sowie einen Eigenanteil an der Finanzierung voraussetzen. Meine Damen und Herren Abgeordnete, unabhängig davon laufen die Vorbereitungen und Planungen zwischen der Landesregierung und den Studierendenwerken. In Rostock soll durch die Abgabe des Studentenwohnheims in Lichtenhagen an die Stadt 224 Plätze, welches vorwiegend von ausländischen Studierenden bewohnt wurde, entsprechend Ersatz geschaffen werden. So ist zum Beispiel vorgesehen, die Wohnhaltsplätze in der Max-Planck-Straße im Campus-Nähe um weitere 100 Plätze zu erweitern. Weitere mögliche Standorte in Rostock werden derzeit geprüft, so zum Beispiel am Werftreieck und in der Südstadt. Auch mit dem Studierendenwerk Greifswald wurden und werden diverse Gespräche und Prüfungen zum Finanzierungskonzept für die Sanierung des Studentenwohnheims in Greifswald, Makarenko-Straße 47a bis c, geführt. Die Landesregierung und das Studentenwerk sind sich einig, dass dieses Studentenwohnheim ohne eine öffentliche Förderung bei der geplanten Sanierung in Zukunft nicht mehr wirtschaftlich geführt werden kann. Damit sind insgesamt seitens der Landesregierung und der Studierendenwerke Vorbereitungen getroffen worden, um die geplanten Projekte zeitnah umzusetzen. Ziel der Landesregierung wird es somit sein, langfristig die sozialen Mieten für Studierende zu sichern und damit die Rahmenbedingungen für die weitere Internationalisierung der Hochschulen zu verbessern. Meine Damen und Herren, schaut man sich die Situation im Bundesvergleich an, so steht Mecklenburg-Vorpommern nicht so schlecht da. Demnach liegt Mecklenburg-Vorpommern mit einer Unterbringungsquote von 11,42 Prozent bei 3.966 Plätzen auf Platz 5. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 9,95. Wenn alle Beteiligten konsequent ihre anstehenden Hausaufgaben erfüllen, davon bin ich überzeugt, wird es gelingen, mit den bestehenden Förderinstrumenten und den finanziellen Mitteln des Bundes, des Landes und der jeweiligen Kommunen das studentische Wohnen im Land in den nächsten Jahren deutlich zu verbessern. Meine Damen und Herren Abgeordnete, lassen Sie mich bitte noch zum Ende kurz auf die finanziellen Maßnahmen zur Umsetzung dieses Antrages eingehen. Die Finanzierung soll aus Haushaltsüberschüssen verwendet werden oder wenn es diese nicht gibt, sollen Entflechtungsmittel des Bundes angesetzt werden. Dieses Finanzierungskonzept der Fraktion Die Linke hat mit solider und nachhaltiger Finanzpolitik aber gar nichts gemein. Weder kann ich noch nicht bekannte Überschüsse verplanen, noch kann ich die Entflechtungsmittel des Bundes ansetzen, welche gerade im Haushalt bereits verplant sind, hauptsächlich für den Bereich Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Die SPD-Fraktion sieht keinen Handlungsbedarf für ein weiteres Landesprogramm und lenkt diesen Antrag ab. Dankeschön. Das Wort hat jetzt für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen.